Slash FX, auch dir, danke für deine Donation, mein Lieber, hey Karo, Karatemeister, was ist mit Algorand los, warum, was soll mit dem los sein, was macht er denn, ach so, weil er jetzt ein bisschen gefallen ist, sag Arigato gozaimasu und kauf ein, mein Lieber, das sagt Algorand, Algorand sagt uns, Leute, es war Weihnachten und Neujahr beginnt, ich gebe euch Preise, zu denen es sich lohnt einzukaufen, ich weiß, Leute, einige von euch hatten nicht mehr genug Geld, jetzt habe ich mich wie ein Kamel gesetzt, damit ihr euch, damit ihr euch viel, viel besser aufsatteln könnt und den Ride später im nächsten Run genießen könnt, das hat Algorand gemacht, genauso viele andere Coins auf VeChain, wie ihr sehen könnt, auch sehr, sehr schön gefallen, habe ich auch gut nachgekauft, sag Dankeschön, Dankeschön und kauf ein, das ist das, was ich empfehlen kann, Nein, nicht, das ist das, was ich empfehlen kann, das ist das, was ich gemacht habe. Nicht beschweren, Leute, sondern bedanken. Und ich hoffe, der geht noch ein kleines bisschen runter, würde ich mir so sehr wünschen, ich habe schon, ich habe, Algorand habe ich eigentlich schon, ich habe euch ja gesagt, habt, sollte ich XRP in diesem Bärenmarkt nicht mehr nachkaufen, habe ich wahrscheinlich mit Algorand schon mehr Euro-Investments getätigt, als ich in XRP dran habe. Das heißt, zur Zeit ist Algorand mein Nummer 1-Investment, wenn es nach Euros geht, wie viele Euros ich reingesteckt habe. Dicht gefolgt natürlich von XRP, dicht gefolgt von XLM, dicht gefolgt von Casper, sag Dankeschön, sollte dir ein bisschen fallen, kommt da auf jeden Fall, stecke ich da noch mehr Geld rein. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen.